Herzlich willkommen zu einer neuen und der letzten Folge Smartphone Tycoon. Es hat leider ein paar technische Probleme gegeben. Ich habe privat wollte ich ein neues Spiel starten, habe ich auch getan. Aber jetzt sehe ich gerade, Ergebnisse des vorherigen Spiels werden verloren gehen. Das heißt, unser Let's Play Spielstand ist weg. Das ist natürlich ganz traurig. Ich finde das auch wirklich schade. Das war wirklich nicht so geplant von mir. Aber als Ersatzprojekt zu Smartphone Tycoon würde ich dann einfach empfehlen, nehmen wir ein neues Projekt. Ja, dies wird dann lauten Mad Games Tycoon, wo ihr jetzt die erste Folge seht.